willkommen zurück zu sfs tutorial ihr habt euch gewünscht dass ich eine tutorial serie mache zum thema planet edit und hier haben wir es das ist das erste video von fünf bis zehn videos ist natürlich eine menge denkt ihr euch wahrscheinlich es hat zwei gründe erstens damit es kapiert das ist der sinn daran ihr sollt das kapieren dazu mache ich diese videos und zweitens ihr schaut euch die videos ein zwei minuten an dann schaltet ihr ab deshalb mache ich so zehn bis zwölf minuten videos ist also ziemlich aufgeteilt auf viele videos aber dafür relativ kurze dann ihr braucht die planeten expansion auf jeden fall sonst könnt ihr eben keine neuen sonnensystem hinzufügen und ihr braucht apps um auf die dateien zugreifen zu können und eben bearbeiten zu können ich bin auf android deshalb android zuerst das spiel natürlich sfs dann pixel lab ein zeichen app und da zwei besondere funktionen einmal die form funktion also dass ihr kreise und rechtecke machen könnt haben ansonsten braucht ihr das eben um die texturen für die planeten zu machen also wenn ihr später eigene planeten machen wollt und eigene texturen braucht dann eben diese app und der zweite punkt an dieser app ist halt eben dass es transparenz gibt also die pngs also die png dateien die bilder haben eine transparenz das heißt alles um den planeten rum kann durchsichtig sein ist vor allem dann wichtig wenn ihr das spiel laden lässt und das dann irgendwie nicht funktioniert dann ist natürlich eine transparenz ziemlich nützlich zweite app sie archiver ein programm zur dateiverwaltung da also ihr braucht das einfach um auf die dateien zugreifen zu können vor allem die die auf android 11 oder drüber sind ihr könnt halt mit internen datei manager nicht mehr darauf zugreifen also wenn ich auf den internen speicher nicht auf android data und deshalb braucht ihr eine drittanbieter app wie zum beispiel sie archiver könnt ihr die app benutzen aber ich werde diese benutzen in diesem tutorial als nächstes quick edit ja zum dateien bearbeiten für die ios user da draußen ich kann euch documents empfehlen dateiverwaltung und gleichzeitig auch bearbeiten von der zeichen app her weiß ich nicht wirklich ich habe nicht wirklich nur gut gefunden falls ihr eine kennt dann schreibt sie mal in die kommentare ich werde dann den kommentar anpinnen ansonsten war es das hier mit diesem kleinen vorwort und wir schauen uns an wo die dateien gespeichert werden da sind wir in sie archiver das einfach der interne speicher hier und wir müssen jetzt herausfinden wo die daten gespeichert werden von sfs dazu gehen wir hier auf auf die suche und tippen einfach ein space und suchen danach und der erste ordner sollte es auch gleich sein da steht storage emulated 0 das ist der interne speicher und da drücken wir drauf und dann haben wir es hier sind zwei ordner drin cash und files wir wollen auf files gehen und dann auf kassen solar systems das sind dann die selbstgemachten sonnensysteme hier haben wir drei ordner drin ihr habt vielleicht nur einen nämlich den example folder und den öffnet er einfach mal und hier sind jetzt drei ordner und drei dateien drin wir kommen gleich dazu dieser example folder der ist eigentlich automatisch immer drin sollte es nicht drin sein dann öffnet einfach mal das spiel und schließt es wieder und dann sollte es eigentlich drin sein ansonsten fragt mich nochmal wir haben hier wie schon gesagt drei ordner und drei dateien drin wir gehen von oben bis unten durch erste ordner height map data damit könnt ihr wahrscheinlich bisher nicht so viel anfangen und das brauchen wir bisher noch nicht das sind einfach so karten quasi die eine gewisse höhe anzeigen und das macht dann die oberfläche auf planeten einmal kurz gesagt und ich wollte es nicht öffnen ich wollte drücken dankeschön planet data ich glaube das ist relativ logisch relativ selbsterklärend sind die ganzen planeten monde die sonne und phobos und deimos eben die asteroiden und das sind einfach die dateien dazu das wird auch ein großteil von unserer zeit in anspruch nehmen so zwei drei videos vielleicht und deshalb lassen wir das auch erstmal liegen texture data da ist momentan noch nichts drin da macht ihr dann selbstgemachte sachen rein wie zum beispiel texturen eben von planeten oder eben eigene eigene wolken also könnte eine menge machen dazu kommen eben auch später erst wir haben jetzt hier drei dateien import settings launchpad position und version wir öffnen als erstes mal version klicken einmal drauf und drücken auf öffnen und schon sind wir in quick edit und es lädt gerade sollte nicht mehr da haben wir es wir haben die version hier also die versions datei da steht 1.5.4.4 das ist die neueste version falls ihr nicht die neueste version habt dann löscht einfach den ordner den example ordner und öffnet das spiel schließt das spiel dann solltet ihr die neueste version haben ist eigentlich nicht so wichtig dass die neueste version ist aber wenn ihr genau dasselbe haben wollt und machen wollt wie ich dann empfehle ich es euch auf jeden fall die richtige version zu haben soviel zu der datei da ist auch nichts weiter drin da steht nur diese eine sache drin dann gehen wir zu launchpad position und zwar ist das einfach die position vom launchpad ich habe auch schon video dazu gemacht und ich verlinke euch das mal in der video beschreibung also das jetzt innerhalb vom video können sie auf andere planeten verschieben oder auch nach oben nach unten links rechts könnt es praktisch überall hin verschieben wo ihr wollt deshalb werden wir uns das auch nicht weiter anschauen und zwar zur dritten datei kommen wir jetzt und zwar zu import settings die ist wichtig wenn ihr eine eigene ein eigenes sonnensystem machen wollt dann solltet ihr euch das auf jeden fall anschauen hier sind vier verschiedene einstellungen drinnen include default planets das heißt einfach dass die normalen planeten von vorher also merkur venus erde mars und eben jupiter dabei sind wenn es auf folge ist dann werden sie eben nicht automatisch mit eingefügt und das sollten sie auch nicht wenn ihr ein eigenes sonnensystem machen wollt wenn ihr nur was hinzufügen wollt wie zum beispiel saturn oder so dann kann auch ruhig truth stehen das sollte dann keine probleme geben include default height maps ich habe euch eben schon gezeigt das sind eben diese karten von oben nach unten oder links und rechts ich lasse sie einfach auf true ihr solltet ihr auch auf true lassen also es gibt eigentlich keinen grund warum man das auf false machen sollte und include default textures also mass textur venus textur und so haben die standard textur von den planeten ob die eben hinzugefügt sollen werden sollen oder nicht deshalb lasst ihr auch einfach auf true wenn ihr die nicht benutzen wollt dann benutzt ihr sie halt nicht das sollte es sollte eigentlich überhaupt keine probleme machen und height stars in atmosphere das heißt einfach nur dass die sterne in der atmosphäre versteckt werden also wenn ihr bei einem planeten seit in der atmosphäre dann werden die sterne eben nicht angezeigt und ich weiß jetzt nicht wirklich ob man das unbedingt braucht es mehr so ein bisschen ästhetik deshalb lass überlasse ich euch einfach da sollte eigentlich nicht zu viel zu tun sein und wenn ihr ein eigenes sonnensystem erstellen wollt dann geht einfach hier raus dann kopiert ihr einfach den beispiel ordner einmal kopieren und einfügen habt ihr hier die kopie und die müsste da einfach nur noch umbenennen so wie ihr wollt ich werde das jetzt einfach keine ahnung nach test umbenennen das sollte jetzt nichts besonderes sein ihr könnt so umbenennen wie ihr wollt natürlich und wenn ihr das dann bearbeitet also sachen darin bearbeitet und eine neue welt erstellt mit eben diesem sonnensystem dann solltet ihr auch die änderungen gleich sehen können aber so viel was das jetzt auch erstmal für diese folge ich weiß relativ kurz und ihr habt ja schon gehört ich will die relativ kurz halten als nächstes schauen wir uns blendet data an und zwar habe ich da schon eine ganz schöne menge was vorbereitet und zwar gehen wir durch jede einzelne linie an code durch und was sie genau macht und ich hoffe es hat euch gefallen lasst nur ein like da wenn es euch gefallen hat und ein abo um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann im nächsten video wieder tschüss